Willkommen zu einer weiteren Folge Schmink-mir-nach mit Julian Bam. Ist das wack, sich selbst anzumachen? Es ist mal wieder soweit für eine Schmink-mir-nach-Challenge. Mal wieder mit Ju. Das letzte Mal war ja ein Jahr her. Das ganze Jahr habe ich trainiert, um die Karina heute mal fertig zu machen. Ja, ich habe gehört, heute wird es extrem hässlich. Wir haben uns gedacht, wir haben so makellose Gesichter und deswegen, die müssen jetzt verunstaltet werden, oder? Das ist doch genau das, was wir gedacht haben. Ja, das war eigentlich die Intention. Ja, genau. Wenn ihr schön seid, macht euch hässlich. Kauft diese Farben und macht euch hässlich. Genau, pushart.com. pushartfarben.com.de pushart-art.shop Kann ich mir nicht merken. Ihr müsst ja hier unten reinsteigen. Le Très Bon. Le Très Bon. Le Très Bon. Hier haben wir einen Spiegel. Hier sieht man Tom. Wo ist Tom? Ah, da ist es halt. Warte, da ist es halt. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, wir haben hier ein Format. Schmink mir nach. Da hat der Heine erklärt, was der andere schminken soll. Und man muss halt schon nachschminken, ohne es zu sehen. Nur mit dem Ohr. Was sammelt er da schon wieder hoch? Komplett gar nicht bewegt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich sehe da einen Kreis im Gesicht, dann muss Carina sich einen Kreis ins Gesicht malen. Machen wir dann nur die eine Seite? Würde ich sagen. Eine Seite, oder? Das ist der Style, dieser Schmink mir nachschönen. Das ist der Style. Ich würde dann auch anfangen. Ich sehe da definitiv einen Punkt auf der Stirn. In welcher Farbe? Rot. So, wir fangen an mit Berrywine. Ja. Und es ist ein sehr großen, habe ich da nicht schon letztes Mal gemacht, den roten Kreis? Nein, du hast ein halbes Dreieck gemacht. Okay, stimmt. Ja, ich sehe da auf jeden Fall erstmal so einen großen Kreis auf der Stirn. Und so umgehe ich auch den Fakt, dass ich einen Pickel habe. Ey, wir sind fertig. Echt? In der Komplett in der Mitte, oder zwischen den Augen? Ähm, was meinst du? Wir machen, ähm, jetzt, wir gehen hier runter von dem Kreis über die Nase mit einem Strich. Du bist zur Nasenspitze? Und runter. Ganz gerade? Ganz gerade und noch viel weiter. Bis über den Mund. Das ist gut, dass wir den Farben, man kann die auch essen. Einmal, aber es ist ja nicht. Dann malen wir den Punkt, noch einen Punkt, äh, noch einen Kreis auf Kinn. Das ist quasi so eine, also wie so eine ganz lange Hantel. Wir malen von dem Auge gehst du nach rechts und ich nach links. Ein Strich. Einfach ein Strich. Gerade. Gerade. Aber nicht zu weit, denn wir enden wieder mit einem Kreis vor der Kotelette, falls du eine hättest, wenn du ein Mann wärst, Metro. Bis jetzt sieht es noch cool aus. Wir ändern die Farbe von Berry Wine into... Yellow. Oh shit, das ist rot geworden. Euer Gelb ist jetzt, by the way, leicht lila. Hm, da hast du den Pinsel nicht richtig ausgewaschen, ne? Ja. Genau. Wir malen unsere Lippen gelb. Okay. Oh, das war ein Fehler. Aber wir machen die Lippen viel größer, als sie sind. Jetzt reicht das. Das heißt, es muss aussehen, als hätten wir einen ganz großen Mund. Wie mit Botox aufgeschüttet. Genau. Fühl ich mich wie auf der Kopf. Sieht gar nicht so kurz, wie ich dachte. Ein bisschen bitter schmeckt es schon. Ja, man sollte die nicht essen. Da sind keine Parfüme drin. Also riechen sie nach Genick, so schmecken nicht, aber sind dafür hautvertretlich. Und ein bisschen bitter. Ob der ist die Farbe? Ich habe einen Kraugummi im Mund. Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft gerade. Also das Nasenloch muss ein bisschen hervorstehen. Das heißt, wir ummanteln das Nasenloch mit gelber Farbe, um nochmal ein wenig die Position des Nasenloches zu unterstreichen. Ich glaube, kompensiert hätte man sich ausdrücken können. Danke. Du versuchst auch immer so absichtlich die hässlichsten Sachen zu finden, damit man sie ja nicht gut nachmachen kann. Ja, also mein Ziel ist schon, dass Carina auch kacke aussieht. Wir nehmen uns die schwarze Farbe. Wie deine Seele. Wir malen uns jetzt eine weitere Augenbraue über der Augenbraue. Oh, in schwarz. Duobraue auch, nicht zu vergleichsten mit Monobraue. Das ist voll schwierig auf der linken Seite. Richtig kreativ hier. Danke dir. Ach komm, machen wir noch eine Augenbraue drüber. Nein. Joch. Ein bisschen laufs bin ich schon. Wir malen uns jetzt ein fotorealistisches Auge unter dem Auge. Ich bin so viel besser geworden. Unglaublich. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Meine Güte. Was ist das hier? Ist das weiß? Das ist grau. Geworden auf jeden Fall. Wahrscheinlich habe ich damit gezeichnet letztens. Wenn du Wasser hättest du noch eine Würste drin? Das ist wieder... Ich nehme keine Tipps an. Ich gebe nur Tipps. Aber danke für den Versuch. Ich mache das echt gut. Heute ist meine Hand viel ruhiger. Ne? Ist nicht so schwarz. Ne? Ich mache sogar noch eine Reflektion rein. Zack. Soooo. Wir nehmen die Farbe Grün. Aber nicht irgendein Grün. Sondern ein ganz bestimmtes Grün. Mein Lieblingsgrün. Golden Green Shimmer. Shimmer. Das wird immer schlimmer. Wir machen jetzt... Ich muss viel krasser... Das sieht bei Carina bestimmt krasser aus. Deswegen müssen wir etwas richtig hässliches machen. Eine grüne... Ähm... Grüne... Flasche. Eine... So wie eine Wasserflasche. Warte... Oh hin? So... Angefangen... Unterm Ohr... Flaschenkopf... Äh... Hals... Ins Nasenloch rein. Hals... Hals... Die müssen wir gar nicht auf die Idee finden. Die müssen wir definitiv noch schattieren. Wir müssen alle schattieren. Schattieren ist noch das Beste. Ah... Scheiße. Das ist schon eine dumme Idee. Die ist auch im Vorjahr. Da ist das so ein WLAN-Symbol. Also Wifi-Zeichen. Okay. Flasche ist weniger... Also diese Wasserflasche ist weniger in der Wasserflasche geworden. Aber das machen wir ja. Das ändern wir gleich mit der richtigen Schattierung nochmal. Genau. Das wertet ja alles auf. Genau. Wir schließen das WLAN-Zeichen an unserer Stirn ab. Indem wir noch einen grünen Punkt auf unsere Augenbrauen machen. Das ist mir gut. Starke Farben. Meine Güte. Mein Gott. Wo kriegt man die nur? Bestes Merch. Jetzt reicht! Ist da eigentlich Wasser in der Flasche drinnen? Ne. Die war einfach nur grün, ne? Die war einfach nur grün. Okay. Aber man konnte kein Wasser oder so drinnen. Ne. Aber wir nehmen jetzt die Farbe Ziva. Und... Und... Schreiben... XL. Links neben dem gezeichneten Auge. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Warum nicht? Warum nicht mal Augenbuchstaben? Warum nicht? Ja, richtig. Richtig. Fuck. Aber das L... Die untere Linie geht unter das Auge ganz lang. Psychopath? Aber das ist bei mir auch umgekehrt. Bei dir würde das tatsächlich gehen. Bei mir geht das in die andere Richtung. Bei dir kann das gehen. Weil du geht das eigentlich gar nicht. Du hast einfach ganz spiegelverkehrt. Das ist ja nicht spiegelverkehrt. Ach doch, ich gucke ja ins Spiel. Ja. Dumm. So, wir nehmen das Blau. Und... Am Kinn... Schreiben wir hin... XL. Was fehlt dem Ganzen noch? Wir nehmen Lavender. Lavender. Wir machen jetzt... Ähm... Du hast noch nichts gemacht, ne? Ne. Ich warte auf deine... Befehle. Wir machen die ganze Nase einfach mal lila. Die ganze Nase? Wie so ein Kätzchen oder einfach nur... Ne, die Nase. Einfach nur die Nase, ne? Okay. So, wir machen das Viertel vom Kinn. Die Innenfläche, also die Fläche, die quasi gerade umrahmt von dem umgedrehten L wird. Die wird auch nochmal lila gefärbt. Was? Wir machen jetzt quasi eine Linie bis hoch zum Ohr und dann leicht ins Ohr rein. Ins Ohr rein. Okay. Wie groß hast du das XL eigentlich geschrieben? Ungefähr Größe M. Cool. Ins Ohr rein. Ich hab's echt reingemalt. Ne, doch nicht mehr. Hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Ganz, ganz viele kleine Punkte fehlen da noch. Ila-Punkte. Zwischenaugenbrauen und der anderen Augenbraue und der anderen Augenbraue. Ganz viele Augenbraupunkte. Ja, die Punkte sind sehr halbherzig geworden. Ich würde sagen, dass wir mit der Schattierung weitermachen. Ja. Geht's noch? Und jetzt schattieren wir quasi alles. Vor allem halt die Flasche. Das hier auch aussieht wie eine Flasche. Okay, die Flasche ist nämlich einfach nur... Puh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, ist das eine Flasche? Okay, wir schattieren alles und jenes. Du kannst ja auch mit Wunsch schattieren. Ja, wir schattieren jetzt alles, alle inneren Flächen mit einer Farbe, die jetzt ganz knallhart heraussticht. Ja. Ja. Rosa. Also komm, ja. Das sieht schon gut aus, oder? So, wir ändern wieder zum Pinsel. Ist es mehr rosa bei dir oder schon pink Richtung? Das ist bei mir auf jeden Fall eine ganz andere Art von Farbe geworden. Wir nehmen Dark Grey und wir fangen an, ein Ohr zu zeichnen. Oha! In der Flasche, aber die kann auch ein bisschen über das XL gehen. Ein Ohr an der Wanne. Man sagt ja auch meistens, ne? Jung. Hör auch mit den Wangen zu. Kennst du das Strichwort? Ja. Krass. Da himm ich gerade vor einen fucking Lügen. Ich war schon wie mir exposed. Huiuiui! Wir malen Nasenlöchern in jeweils den roten Kreisen. Was? Nasenlöcher malen wir? Oder in die Ohren? Äh, in die Nasenlöcher? Nee, wir malen Nasenlöcher in die roten Kreise, die wir anfangs gezeichnet haben. Also Punkte? Also wenn deine Nasenlöcher nur Punkte sind. Bei mir haben die eine leicht auberginen formige Art. Okay, bei mir sind auch Pugel geworden. Dann machen wir ganz schön lange Unterwimpern. Lange Wimpern unterm Auge. Ja. Die sind ganz straight runter wie so ein Sonnengott, der seine Strahlen auf das Volke abwirft. Okay. Sieht cool aus. Ich seh cool aus. Nein? Du siehst cool aus. Wir malen eine Nase am Ohr. Der ist unberechenbar. Und unter den Kotletten kommt eine Nase, die quasi Richtung Nase zeigt. In schwarz? In schwarz. Das ist cool. Das ist cool. Das ist richtig. Lustig, wenn ich alles komplementär gezeichnet hätte. Aber es nicht gesagt hätte. Dann wäre ich ein Negativ für dir. Aber es ist schon ziemlich negativ. I'm Art. Man erwartet so gar nichts. Man erwartet wirklich gar nichts. Machst du noch irgendwas? Ich bin schon längst fertig. Ja, ich erwarte. Alles klar. Wir müssen in die andere Richtung gucken, ne? Genau. Seid ihr wirklich? Wie eine Heil-OP. Sind sie bereit für ihr neues Versicht? Wir beginnen mit dem Couch-Aus. C. No. Drei, zwei, eins, go! Oh, das sieht ja süß aus. Das sieht krass aus. Das sieht mega gut aus. Heftig. Die Flasche geht auch richtig ins Nasenloch. Wo ist deine Flasche? Ach, da! Ja, jetzt. Ich schieße dir was. Krass, ich bin immer wieder überrascht. Sie bei mir sieht das aus, als wäre die einfach reingestellt. Ja, krass. Schön. Und das ist pink. Die Schattierung ist auch gut geworden. Krass. Jetzt hat das Auge so niedlich zu sehen. Man könnte auch denken, das ist... Kennt ihr diese Pantoffeltierchen? Ja. Ja, das ist ein Pantoffeltierchen. Ich finde, man erkennt, dass wir was ähnliches gemacht haben, oder? Ist das so? Ja, doch. Alleine im Auge. Das ist so auf Karnebas-Zuch. Und ich bin so der... Morgen. Nächste Tag. Ja, also Leute, ne? Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, dann abonniert uns auf Twitch. Das ist bestimmt witzig, oder? Ja. Ja, das machen. Live ist super witzig. Live ist immer witzig, ja. Vor allem ist es dann nochmal so... Und diese ganz asozialen Jokes wurden wahrscheinlich rausgeschnitten von Tom. Und im Live seht ihr die dann. Oh, scheiße. Twitch. Wie oft twitcht ihr? Ganz oft in der Woche. Ganz oft in der Woche. Ganz oft in der Woche. In der Videobeschreibung verlinken lassen, like da auf jeden Fall. Sonst verpasst ihr das nächste Video, weil wenn... Ich bin so vom Album Rutsch jetzt mittlerweile. Wenn ihr nicht geliked habt, war es keine Ahnung. Ist gar nicht so wahrscheinlich. Doch, doch, doch. Ist so. Ihr müsst das Video liken. Sonst könnt ihr das nächste Video nicht mehr sehen. Klotz auch noch. So altmodisch bist du. Oh mein Gott. Altmodisch war so 2015. Das interessiert niemand. Heutzutage sagt man, ich küsse deine Augen. Tschüss. Tschüss. Tja. Okay. Wir haben noch ein Video gedreht. Eventuell. Eventuell. Oder auf seinem Kanal, was ihr unbedingt sehen müsst. Genau. Da sagt Carina mir, was ich zu tun habe. Erstmal jetzt wieder 8 Stunden abschwingen, Leute. Ich freue mich. Auf jeden Fall immer wieder nice, hier diese Schwingen mit dem 8 Channel zu machen. Bitte Leute, macht das nach. Das war's auch schon mit dem Video. Wir freuen. Ich hoffe, ihr könnt etwas lernen. Es hat euch gefallen. Es hat euch unterhalten. Das war's jetzt auch. Ja. Das war's auch schon. Abmodest schon 10 Minuten.